Und nun, die Mannschafts-Ausstellung unseres FCK. Vielen Dank und grüßend an unsere Mannschafts-Ausstellung! Wie ist es von ihr? Siege! Siege, Ariane! Moabendu! Nach Moabendu! Sieg! Robin, Alexander! Zehn, der Käpt'n der Kolkwalt, Albert! Fünfzehn, Maher! 23, Florian! 26, Steven! 30, Christopher! 31, Chris! Und 34, Willi! Auf die Bank! Zweiter Torwart mit der 22, David! O! Sieben Minuten! A! 11, G! A! Drei! 13, Florian! 7! 20, Mitchell! A! 25, Benjamin! A! Und 33, Domi! A! Liebe Husamunde, es ist alles vorbereitet, lasst uns gemeinsam angehen, für unsere Mannschaft, für unsere Klub, alles für den FCK! Auf geht's!